Hallo Leute, und so, nur so ein Spaß, seid für die Großschlossauferstehung. Ich habe diesen intakten Beilock Silinder, ein Lockwood Körper von Herrn Lockwood und diese Seitenleisten auch von Herrn Lockwood. So, vielen Dank an Herrn Lockwood, hervorragend. Jetzt muss ich etwas machen. Zuerst einen Halterbolzen für den Silinder und dann einen Seitenhalter für den Silinder. Das muss mit den Bulbären arbeiten. Dieser Bulbären. Oh ja, und jetzt die grüßelige Arbeit. Zwei Schlitzer für die Seitenleisten. Und nun eine weitere schwächliche Aufgabe. Ich brauche einen Schlüssel, also ich muss einige Stifte sortieren. Endlich haben wir es beide zusammengesetzt und versiege es. Okay, und jetzt der Moment der Wahrheit. Sehr gut. Tschüss. 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 Tschüss.